Nie mehr unbeweglich, das ist der Name von meinem ganz neuen 8-Wochen-Programm, das ich live über Zoom unterrichte. In den 8 Wochen zeige ich dir einfache Übungen, die dir sofort mehr Beweglichkeit schenken. Du lernst muskuläre Zusammenhänge und wirst erkennen, welche Muskulatur zur Verspannung, zur Verkürzung neigt, wie du sie effektiv dehnst. Und so wird es zum Beispiel Module geben, speziell für deine Hüftmobilität, Module, um Verspannungen im Schul- und Nackenbereich aufzulösen. Auch eine Übungseinheit ist dabei, um den unteren Rücken zu entlasten. Ich zeige dir, wie du ganz entspannt in die Dehnung hineingehst, damit den Vagusnerv stimulierst. Und das kann ich dir jetzt schon sagen, damit entsteht für dich ein ganz neues Körpergefühl. Und auch die Faszienmassage wird dir helfen, um muskuläre Verspannungen aufzulösen. Das Acht-Wochen-Programm ist von der Krankenkasse zertifiziert und damit bekommst du bis zu 100 Prozent der Kursgebühr zurück. Die Plätze sind bekennst. Du kannst dich hier anmelden und dann freue ich mich, wenn du mit dabei bist. Das Acht-Wochen-Programm ist von der Kursgebühr. Das Acht-Wochen-Programm ist von der Kursgebühr. Vielen Dank.